Hi, ich bin Lisa. Schön, dass Sie bei unserer Online-Academy dabei sind. Wir zeigen Ihnen heute interessante Themen rund um die Sogo-Produktpalette. Ihre Kunden erhalten zu viele allgemeine Marketing-Kampagnen und sie wünschen sich eine übersichtliche Segmentierung. Wie Sie dies erstellen können, zeigen wir Ihnen heute in unserem Tutorial. Klicken Sie in Campaigns oben in der Leiste auf Erstellen und wählen Sie Mailing-Liste erstellen. Hier können Sie einen Namen, ein Thema und den Grund für die Kontaktaufnahme auswählen. Wichtig, bitte wählen Sie einen professionellen Listennamen, da Ihre Kunden den Listennamen bei Abmeldung sehen können. Nachdem Sie das Thema ausgewählt haben, können Sie Ihre Kontakte zuordnen.